Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs, wenn du willst, dass deine Träume wahr werden, musst du unerschütterlich an dich glauben und entschlossen handeln. Niemand sonst kann deine Träume für dich wahr werden lassen, es liegt an dir, dein Schicksal in die Hand zu nehmen. Wenn du keine gute Fee hast, ist es an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und auf deine Ziele hinzuarbeiten. Denk daran, dass es viele Wege zum Erfolg gibt, und der erste Schritt ist immer, an dich selbst und die grenzenlosen Möglichkeiten, die vor dir liegen, zu glauben. Lass deiner Fantasie heute freien Lauf und erlaube dir, ohne Einschränkungen zu träumen. Die aktuelle Planetenkonstellation ist sehr günstig für dich und unterstützt dich hervorragend dabei, dein Leben im Gleichgewicht zu halten. Regelmäßige Yogastunden können eine erbauliche und transformative Erfahrung sein. Durch Yoga wird dein Körper gedehnt und gestärkt, während eine tiefe und achtsame Atmung den sauberen Blutfluss in deinem System fördert. Wenn du es noch nicht getan hast, solltest du noch heute eine Yogastunde besuchen, denn sie kann dir große körperliche und geistige Vorteile bringen. Denke daran, vor und nach der Stunde ausreichend zu trinken, um die während der Übung freigesetzten Giftstoffe auszuspülen. Überlege dir, ob du heute aus deinem Alltag ausbrechen willst, indem du einen Kurztrieb machst. Oder Besorgungen zu erledigen hast, nutze die Gelegenheit, sie zu erledigen. Ein Tapetenwechsel kann deinen Geist beleben und dich besonders produktiv machen. Egal, ob es sich um einen spontanen Besuch einer nahegelegenen Sehenswürdigkeit oder einen Kurztrieb handelt, der Wechsel der Umgebung kann dir eine neue Perspektive bieten und deine Energie aufladen. Durch die heutige Ausrichtung der Planeten kann dein Partner dich in verschiedene Aufgaben oder Projekte einbeziehen. Ein bestimmtes Vorhaben, das in der Vergangenheit geschlafen hat, könnte plötzlich wieder zum Leben erwachen und Aufmerksamkeit und Einsatz erfordern. Du könntest die Herangehensweise deines Partners jedoch als etwas irritierend empfinden, weil du das Gefühl hast, dass er oder sie versucht zu rennen, bevor er oder sie gehen kann. Sei geduldig und offen für Kommunikation, denn die Zusammenarbeit kann zu produktiven Ergebnissen führen. Das rückläufige Quadrat zwischen Pluto und den Schicksalsknoten deutet darauf hin, dass sich unerwartete Situationen dramatisch entwickeln und verborgene Aspekte von Beziehungen ins Blickfeld rücken können. Es ist wichtig, auf Geschichten und Informationen zu achten, die am Arbeitsplatz kursieren, vor allem wenn es um deinen Chef oder andere Autoritäten geht. Die Enthüllungen könnten schockierend sein und deine Sichtweise auf die Situation grundlegend verändern. Als Krebs verfügst du über eine starke Kombination aus emotionaler Tiefe, nährenden Instinkten und Intuition. Nutze die positive Energie des Tages, um dein Selbstvertrauen zu stärken und deine Träume mit Entschlossenheit zu verfolgen. Denke daran, dass deine Handlungen und Entscheidungen heute dazu beitragen, deine Zukunft zu gestalten. Kümmere dich um dein körperliches und emotionales Wohlbefinden, bleibe offen für Veränderungen und lass dich von deiner natürlichen Intuition zu erfüllenden Erfahrungen führen. Nimm die Herausforderungen und Überraschungen an, die auf dich zukommen, und sei dir bewusst, dass du die innere Stärke hast, sie mit Anmut und Widerstandsfähigkeit zu meistern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die Sieben der Kelche steht für Entscheidungen, Möglichkeiten und die Kraft der Fantasie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute mit mehreren Optionen oder Wünschen konfrontiert sehen könntest, was es schwierig macht, dich auf einen bestimmten Weg zu konzentrieren. Sie steht für eine Zeit der Träume und Fantasien und für die Notwendigkeit, zwischen Realität und Illusion zu unterscheiden. Die Sieben der Kelche ermutigt dich, deine Wünsche und Sehnsüchte zu erforschen. Sie erinnert dich aber auch daran, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und Entscheidungen zu treffen, die mit deinen langfristigen Zielen übereinstimmen. Diese Karte fordert dich auf, inmitten der unzähligen Möglichkeiten, die sich dir bieten, Unterscheidungsvermögen und Klarheit zu zeigen. Neben der Sieben der Kelche haben wir den König der Schwerter. Diese Karte steht für Intellekt, Logik und selbstbewusste Kommunikation. Sie steht für eine Zeit der geistigen Klarheit, des strategischen Denkens und der Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Der König der Schwerter fordert dich auf, deine geistigen Fähigkeiten zu nutzen und Situationen mit Logik und Objektivität anzugehen. Er erinnert dich daran, dich mit klarer und direkter Kommunikation durchzusetzen. Diese Karte steht für eine Zeit der Führung, der intellektuellen Stärke und für die Notwendigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Sieben der Kelche und der König der Schwerter bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Die Sieben der Kelche betont die Notwendigkeit von Unterscheidungsvermögen und Vorstellungskraft, während der König der Schwerter geistige Klarheit und durchsetzungsfähige Entscheidungen betont. Lass dich heute von der Energie der Sieben der Kelche inspirieren, indem du deine Wünsche und Ziele erkundest. Lass deiner Fantasie freien Lauf und ziehe verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Behalte jedoch einen Sinn für Unterscheidungsvermögen und priorisiere Entscheidungen, die mit deinen langfristigen Zielen übereinstimmen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Königs der Schwerter, indem du deinen Intellekt ansprichst und Entscheidungen mit Logik und Objektivität angehst. Kommuniziere selbstbewusst und treffe Entscheidungen auf der Grundlage deines gesunden Urteilsvermögens. Diese Deutung steht für einen Tag der Entscheidungen, der Einsicht und der geistigen Klarheit. Mach dir die Energie der Sieben der Kelche zu eigen, indem du deine Wünsche und Sehnsüchte erkundest. Nutze die transformativen Qualitäten des Königs der Schwerter, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die auf Logik und selbstbewusster Kommunikation basieren. Erinnere dich daran, zwischen Realität und Illusion zu unterscheiden, während du dich durch die dir gebotenen Möglichkeiten bewegst. Vertraue auf deine intellektuelle Stärke und behaupte dich mit Klarheit und Selbstvertrauen. Wenn du die Qualitäten der Sieben der Kelche und des Königs der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit Unterscheidungsvermögen, geistiger Klarheit und dem Potenzial, fundierte Entscheidungen zu treffen, die deinen langfristigen Zielen entsprechen, meistern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!